Was kannst denn du? Kannst du im Dunkeln sehen? Ja, so geht's, ne? Mein Beauty macht halt was. Du bist doch Bodengeist oder sowas, oder? Hier, Wasserpoliz. Zeig mal auf die Bienen. Ja. Tschüss. Er wird 30. Du bist aber Wasserpsycho. Fleckmann. Irgendwie, wie du wirst. Fnuss. Megasauber. Jupp. Perfekte. Konfusion. Ahaha. Megasauber. Perfektiv. Das fängt, äh, tausend, tausend sind. Oh, 40. Oder? Ja, schön. Ich kann dich im Dunkeln sehen. Ach komm. Oh. Diesen Katar hat auch einen Gehegst. So weit. Weg. Okay, hier kein Lillang. Oh, Tediosa. Dich würde ich eigentlich noch gerne fangen. Was ist, wenn ich Biss mache? Du bist Umlicht, ne? Wenn ich mich nicht irre. Also. Wagner. Ähm. Pogba? Er war jetzt schon? Tische. Hätte ich außergefangen. Und Pokimaniac los. Pfff. Pfff. Kuckuck. Deine Kleidung leuchtet ein bisschen in der Dunkelheit Ach komm Ja, Bui, darfst du wieder regeln Hopfnuss Megasauger Jupp Und noch ein Megasauger Hopp, 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 hopp Du bist guuut Ich auch Picknick-Defensierung Käferpokken wieder, oder? Ich hab gedacht, ich mich hier vorstecke findet mich hier niemand Ah Oder solche Pokémon Wasserpuls Wasserpuls ist jetzt eh gut Da muss ich wohl beißen Nichts effektiv, aber reicht trotzdem aus Ah, so ein Blubstraße ist jetzt stärkere Tod Und nochmal Blubstraße Und dann beißen wir nochmal zu Leckermauchi Und die wieder vorstecken Tutor Rockslide Das ist stärker, oder? Rockslide, wo man halt Steine wegschieben kann Ich hab so Angst Ständig fallen hier irgendwelche Felsen runter Und ich weiß nicht, wo der nächste einschlagen wird Was ist das? Möchtest du für 5000 Rockslide lernen? Das ist... Ich probier's mal kurz nach, was Rockslide ist Moment Steinhage ist das Ergibt doch mehr Sinn Stärke 75, das hört schon hart Hast du hier 70 Hepper 70 Slash 70 Cent 35 Dick 80 Ich würde tatsächlich, glaube ich Klitzer wieder verlangen dafür Nee, aber brauche ich aktuell nicht Okay, komm ich wieder zurück So, wir buddeln erstmal wieder aus Super Potion Jawohl Rasierklinge Ein Item, das von einem Pokémon gehalten werden kann Die... Ah, das macht die Crit-Chance höher Mhm Wie gebe ich das jetzt? Dann gebe ich das jetzt, wer möchte bitte Krippen Er hat eine höchste Attack von hier 71 Das ist halt super wenig, ne? Weil es halt ein B-Pokémon ist Ach, kriegst du wohl Ja Razor Claw Du gehst mir auf den Sommer K-K-K-K P-P ab Okay, kann ich die Punkte steigern? Ah, dann sind sie es mit denen hier. Meine Freunde nennen mich Poké-Nerd. Ich gehe mir aber auf den Kekse, der Scheiß. Konfusion. Nichts effektiv. Kritiker-Hit. Ich bin auch dumm. Ich habe gerade das falsche Pokémon-Kind noch. Aqua-Knower. Uh, du weißt, was meine Pflanze ist, aber nett. Mega-Sauger. Hm, ich bin confused. Bitte nicht, komm schon. Ah, ich bin mega-Sauger. So, durch. Ich... Chaining Pokémon. Ach, komm. Ich hoffe, ich bin nicht mehr verwirrt. Ah, ich greife den richtigen an. Hör auf, die Tröber, ne? Ach, irgendwann muss das passieren. Komm schon. Komm schon. Ah, nicht mehr verwirrt. Sehr schön. Mega-Sauger. Zack. Chaining Pokémon und noch einen Lamus... äh, einen... ...Lasho-King heißt es, glaube ich, ne? Mega-Sauger. Ich glaube, ich überlebe das nur. Werde ich mich heile, oder? Ich hoffe, ich heile mich genug. Nope. Critical-Hit. Critical-Hit. Quedet. Quedet der mich einfach rum hier. Wie ne Schock. 8000 XP. Wie erzähle ich das nur? Ich habe keine Freunde. Tja... Schlecht beurteilen. Great Ball. Oh, nix. Oh, nix habe ich noch nicht. Ich glaube, wenn ich das Spiel mal für Stalus brauche, habe ich ein Problem. Der einsetzen? Uh, das tut weh. Ich weiß, wie er schon benutzt hat. Und töte ich dich dann? Ne, ich mach das, weiß ich nicht. Okay, äh... Äh... Damit... Ich meine, ich sterbe jetzt. Habe auch keinen sinnvollen Damage. Ich kann halt immer Schlitzer machen, ne? Na guck, was ich damit mache? Nicht viel. Gut, das geht auch nicht mit dem Viro Ball. Also, jetzt kann ich vielleicht mal einen Item Poké Ball schmeißen. Also, wir haben einen zweiten Super Ball gekriegt inzwischen. No. Ne. Poké Ball. Sag mal nicht, ich kann das Onix Level 23 nicht mehr mit dem normalen Poké Ball fangen. Ah, das ist mir auch Keks. Eigentlich habe ich jetzt noch, wenn der auch nicht klappt, dann wäre ich ein Super Ball. Dann ist das halt so. Geht doch. Okay. Da muss nur... Androhen, ja? Den Donnerstein bekommen. Sehr schön. Big Mushroom. Big Mushroom. Was ist denn? Wo brauche ich denn? Big Mushroom. Super Ripper. Brownstone. Big Mushroom. Big Mushroom. Ein sehr seltener... Ah, den man verkaufen kann. Ehhh. Ehhh. Stimmt, mit dem habe ich ja auch noch rumge. Mein Papa hat mir diese Pokémon gegeben. Na gut, Oliver. Ich glaube, dein Papa war nicht so gut im Pokémon-Trainieren. Denk ich so. Außer sie hat nur hier fucking sturdy ständig überleben Biss Die haben bestimmt alles sturdy, oder? Ja Biss Na, du kriegst den Glubsch toll auf, ne? Weißt du auch, bist du irgendwie gut? Biss Hast du die Glühwein in der Hand? Die Lungen wäre aber noch Nein, Papas Team! Noch ein Pokémon mehr Meine... Wie heißt der? Verdammt Mein Glumander-Schwanz leuchtet den Pfad für mich Dann hat doch Wasser Scary Face Ist das ein Überblick so im Motorrad? Böses Gesicht Nicht Hier, Wasserpuls Bumerang Die Attacke trifft Schmeinerei 3000 Erfahrungspunkte Nice Oh nein, mein Schum Mein Glumander-Arm So, jetzt kann ich hier wahrscheinlich noch links, hoch, rechts, oben, unten, überall hingehen Und das ist der Ausgang Okay, gehen wir erstmal in den Ausgang Gehen wir erstmal in den Ausgang Gehen wir erstmal in den Ausgang Ich bin jetzt mit Pio, hier Mega-Drain Mega-Drain Knast-Pio Und du kommst du die wieder und ich hab mich direkt voll geäucht Und das Selbstbestrund Aua Das tat weh Deswegen hab ich mir jetzt mein Lüte-Bärer verbraucht, weil du selbstbestrund Zeit Geodude wieder zum Leben zu rocken Ja, Mama So, wir sind durch Zack Gehen wir mal hier runter, mach's nicht, wo ich hinbekomme Hohohohohoho Super Super sauber Ich hab ja so echt ja sauber im Deutschen, natürlich Und der Zweikt rot Und noch nix Webit32 Super sauber Super sauber der ist auch direkt tot, 4.000 Sperr. Dankeschön, wir haben 250. Ahahaha, ne, nicht lustig. Ahaha, Heu-Fie, äh, achso, Heu-Schnupfen. Ha, ha, Hatschü. Ah, Pokémon und seine Witze. Ah, diese Bergwucht ist so köstlich. So, gib mal her, hier, Supersauger. Ja, da hat er wieder Sturdy. Ah, da hat er Sturdy ein, ich bin schon gefragt, wundervoll, ob der XP-Less hochgegangen ist. Aber das erklärt's. Supersauger. Der hat auch wieder Sturdy. Da vergisst du dich auch wieder? Ne. Mach mir noch mal einen Absurden draus. Supersauger. Absurber. Noch Onyx, alter Schweden. Ich hab hier noch was anderes als Onyx, ja. Supersauger. Perfektiv, tot, 3.8 XP, dankeschön. Und tschüss, keine Erfahrung, 1.8 XP. Ey, das hat mein Kopf, äh, leergerollt. So, Pokémanic. Die können halt eigentlich alles einsetzen. Kommst du mal vor. Hallo, Kindchen. Möchtest du meine Pokémon sehen? Hm. Ich glaube, das hilft nicht. Wenn ich jetzt hier Schnabel mache? Ne. Ja, nicht. Wenn ich das mache, das hilft ganz gut. Ich bin 31. Wenn ich hier nochmal Psychoangriffe mache, ist das nicht so effektiv. Und dieses, das ist eh wild, mache ich hier halt Verwirrungsstrahl. Jetzt bist du verwirrt. Und dann mach doch was. Aber, stimmt. Und dann mach ich jetzt hier Flugangriff. Mal noch Wünschen. Wenn ich mich heilen kann. Aha. Hier, nicht länger. Bam. Und mein Wünschen hat mich auch noch geheilt. Direkt voll. Und ich hab gewonnen. Was ne Kombination. Oh, nein. Mein Pokémon. Oder meine Pokémon. Und ich darf gerne an Hirschem sagen. So einfach mal, klar. Und ich bin wahrscheinlich gemacht 40.